Hallo und Willkommen beim neuen Netzwerk von Battlefield 1942, hier ist euer René. Beginnen wir auch mal gleich. Ähm, was sollen die laufen bei den... Uh, ja, okay, dann nehme ich gleich wieder die. Ja, nicht hier. So, ja, genau. Nein. Ein Panzer. Unglaublich, großer Panzer. Ähm, ja. Okay, ich hab irgendwie so das Gefühl, das Schiff gehört ja nicht hin. Na, egal. Wird schon wissen, was das tut. Okay, zieh nicht so rum, du... Ja, also das war einer von uns. Der hat da eine Linie gelegt. Ich hab das für ein Feind, aber... Ja. Ähm, bin ich gleich. Ähm... Äh, läuft's. Okay. Jupp, den Techniker, den brauch ich. Bin gerade überlegen, soll ich mit nem Flugzeug... Am Betracht der Lags, den ich gerade eben hatte, lass ich das mal drüber und... ...beschädigen die alle nur. Ähm. 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 Was ist das bei hinten, ein Flugzeug? Ok, ja, den Einsatzposten kann ich einnehmen. Ich werde ihn noch einnehmen. Ich nehme hier wieder einen Kommandoposten einfach an! Okay, ich nehme keinen Kommandoposten mehr rein. Das ist mir alles viel zu gemein. Ja, also das ist ein Flugzeug. Auch wenn man sich bestimmt denkt, das wäre ein Helikopter, das ist ein Flugzeug. Ich habe das Hand verloren. Verdammt! Mann, nee. Ich habe es wieder gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich so oder so? Ah, BB-Pay. Okay, jetzt spiele ich den mal ordentlich. Mit freiem Sichtfeld. Let's... Okay. Ich glaube die meisten von euch haben das bestimmt gesehen, dass das geleckt hat. Ja, die bin ich jetzt nicht mal. Ja. Ich habe ihn nicht gerade zu verbessern in der Verbindung. Ich habe ihn ziemlich gekloppt. Dieses Mal verliere ich das lange nicht. Oh mein Gott. Ich habe leider vergessen wo die falschen Sache war. Also... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich bin ein Verkehrsraudy. Verkehrsraudy meinst du? Oh, ich bin gerade fertig. Wie viele Kills hab ich denn schon neu? Okay, jetzt hören wir mal auf mit dem Blödsinn. Okay, okay, wo sind denn hier Feinde? Ah, da vorne im feindlichen Panzer. Okay, was soll ich eigentlich für den anderen? Ich weiß nicht. Okay, da verfolgen wir mal diesen Flaggenträger oder was auch immer. Ich falle jetzt hier im Kreis. Scheiße! Ja, okay, ich falle jetzt nach oben. Ich mich. Geht doch nicht. Ja, da vorne, da vorne. Ich weiß nicht, da hinten auf dem Weg. Ja. Ja. Ja, das ist ja schön. Wir haben unsere Flaggen gestoppt. Das ist doch schön. Nee. Vielen Dank, Herr. Ich habe das Gretchen auf, das ich nicht mehr sehen kann. Das tut ihr alle jetzt nach die feindliche Flagge ober! Oh! Läuft! Ne, das interessiert mich jetzt. Das interessiert mich jetzt, warum da unten ein Flugzeug... Ich muss hier einen Schritt mal weiter... Da fragt man sich, wieso nicht? Ok... Das scheint mir egal, Logi zu fallen. Ich bin stark. Ah, cool. So weit schon jetzt. Stimmt ja, ich habe ja... So, damit das Team ausgleiche, gehe ich jetzt nicht mehr zu dem Team. Äh, ich kann... Boah... Ok, ich werde jetzt auch nicht bemühen, den Scheiß mitzubauen. Das ist das immer nicht im Gegenteil. Ok, ok... Das ist das immer nicht im Gegenteil. Ok, ok... Ja, hat wenig Rückstoß. Ziemlich präzise. Schießt doch ziemlich schnell. Und geht extrem schnell nach. Oh... Ich bin ganz schön nach. Ja... Ja, ich hab die Mine gesehen. Scheint mal eine zu sehen. Oh, nein. Das hat's auch nicht gewonnen. Also, das ist wirklich eine fantastische Mine. Sieht man so eben 0% oder 0,001% geben ab. Ja, super. Wirklich, wirklich extrem super. Das ist eine Autosperre. Das ist eine Sperre aus Autos. Ich nehme jetzt diese Flage rein. Das sind die Flage rein. Die Flage rein. Da ist die Flage rein. Das sind die Flage rein. Ja, ich gebe es an. Das ist eine Flage rein. Die ist wirklich hoch. So was passiert halt mit schlechten Problemen. Ja, also ich mach dann auch mal die Ende mit der Norma. Eigentlich hab ich auch mal noch bessere Tage als Möbel. Ne, ich glaub einen Kälern will irgendwann mal. Ich hab keine Ahnung. Ja, doch, ich hab ein Gefühl. Ja. Ja, also das war's dann jetzt mit der Folge. Und als grünen Abschluss. Als grünen Abschluss. Ja, jetzt! Ja, jetzt!